immer so eine sache werden wir als erstes eine pump hat oder taktische der auf jeden fall so behauptet haben die verband ist es noch jemand hier kann die zwei verbände droppen was war gut wo ist der letzte ich hab den einer der wach sofort die wird etwas abgebaut hat den baum abgebaut aber da habe ich hat er hat irgendwas auch angekündigt wird er noch jemand ich brauche gerade ab ja das weiß ich ich habe mir gerade seine fuß füßig sehen wir lassen wir da komm was gehen ja das direkt rausgehen auszildet oder du willst weitermachen ja aber die zonen erklärt kommt und ich weiß nicht was das viele waffen hier also ich habe jetzt bloß maschinenpistole und der taktische grüner 16 ach alter die habe ich völlig übersehen gerade ich würde schon sagen dass wir die taue noch mal ein bisschen abchecken ist jetzt eigentlich sowieso egal ist einer hinter dir er ist runter gesprungen ich höre so laut noch andere ach die sind ganz oben auf den auf main ist in ganz oben nein was los ich bin runtergefallen aber ich habe mir du bist es wir gehen meine treppe hoch ich habe einen ich habe nichts zu bauen ich habe nichts kannst du lagefeuer platzieren ja war doch noch eine gute idee dann ist eine ruhig ist nur was goldnis runtergeflogen oder bescheuert mir wird was abgebaut bei mir wird gebaut die sind noch hier die sonne kiste ich habe vergessen ich war alles klar gut was das shady oder was ich war aber er hat sich in seiner Welt mal ganz nice gewesen eigentlich hat der Kenner was als kein Haus auszutauschen haben wir doch sieben Kills direkt am Anfang 3 habe ich oder insgesamt wenn sie insgesamt ist ja du hast sie doch ja sieben ja es ist geil ich fliege so auch gar nicht hättet mache ich mal sehen sieben sechs Kills sechs sieben Kills mache das schon ganz cool war es halt auch schwitzen ist normal dass man Tiltet mal verkackt aber ja natürlich der größte Noob würde mal da irgendwie durchkommen ja es ist halt einfach immer immer so eine Sache was man findet wenn man direkte taktisch oder den pump findet das ist halt schon viel wert aber wenn da direkt gar nichts findest oder ja natürlich aber meistens ist halt vielleicht immer so wenn du halt der taktisch oder den pump findest und ist halt easy siehst du den da oben auf 60 auf dem Berg oder was ich finde wie da hinten auf 30 jetzt ungefähr ne der ist ja irgendwo da hinten der ist ein Busch ich war eben komplett gerade hier ist noch eine da war ich niemanden außer auch eine Lina eine taktische nö ich habe die Lina eine taktische ok geil Lina eine taktische läuft bei ihm das nehme ich gerne mit das ist ja logisch dass du wieder Raketen erfahrst ne hast du ein Typ alter hast du noch einer heute jetzt rollst du wieder auf was ein Typ alter hast du ihn gesehen wie er gejumpt ist ja ich hab was wollte er denn jetzt machen hast du mir nicht schon dies mitnehmen äh ja was sind die ja ich hab ihn ja alle keine materialien was das denn für ein bullshit ja wenn man sich einmal kurz an den rücken kratzen ne ne gibt's hier nicht das leiber wäre halt mal ganz nützlich ey oder langsam ja wir haben jetzt auch schon ganz genügend Kills eigentlich da wo man sich jetzt mal die snap eigentlich ganz genügend verdient hat aber er hat mal wieder rocket launcher ist jetzt sonst ja die direkten rocket launcher wieder am stüssel ey Leute wo ist die Munition für rocket launcher zwei hab ich ja hab ich bräuchte ein bisschen was stimmt schon ja ich hab acht echt ganz dann ran bei 75 ist jemand aber ultra weit weg also ich sehe ihn eigentlich auch in oben auf dem ding ist auch noch jemand lass die pushen lass die pushen der konnte sich bloß auf den einen da alles klar ja seit nicht durch den scheiß baum ey also der oben ist down der oben ist down ach der ist da innen alter ist der direkt gefinisht ne das ist deine da kommen noch welche kann ich nur bitte mit gibt noch nehmen fix ja ist da oben jemand alle unten nehm ich nehme jetzt auch kurz zu reden weil die kids die kids kriegen wir sowieso aber ein bisschen später na ich bin so ein spaß ja schön abgestaubt rein in die häuser wo ist eine andere da war aber noch einer er rasiert gibt es noch materialien 14 kids läuft bei ihm ne insgesamt halt krank warum denn nur nicht ja kann echt als warum gibt es hier keine sniper was machen denn die immer von 0 warum suchen die uns nicht mal 19 das ist schön du bist gut das direkt mal zu machen komm hast du was zu materialien gefunden oder sowas ja ich hab sehr viel wir einfach nur noch neu leben ach ich kann mir nicht schön das direkt nehmen äh kannst du mal maskei geben bitte ja auf ganz schnell ja danke ah die sniper die gehen ja von ganz falsch den platz jetzt davon als ein lootjob noch acht ich sag dir wir werden schon wieder aggressiv gesniped ey guck schön die ganze Zeit rum hm irgendwo geiern sie schon wieder wenn der sniper ist brauche ich die auf jeden fall ja ja ich will halt die goldene ach folgendes gar kannst du haben das direkt noch den loot nächsten loot ja der braucht noch ein bisschen besorgen holen wir jetzt lieber noch halber und kurz äh sind nur noch nur noch fünf und ich höre sie schon ach der ist unten aber er braucht echt mal übers lang oh wow die Müllsniper gib den mir bitte ja kannst du dir den großen schliff hinnehmen dann äh meinen großen schliff dann nämlich den schliff hin komm jetzt gegner hat 200 schulden ich bin bereit das ist ja einfach bloß noch drei ne ne ja ja gleich so hm münztrick ist da ne wir haben einmal verkackt glaub ich jetzt ja stimmt ja stimmt stimmt einmal haben wir vergessen Digga wo münztrick machen hm 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 ich bin jetzt erstmal hier heilern können ist immer schön das kann ach ne ja dann schwitze ja das auch der Müll alle guck mal hin so ein bisschen vielleicht kommen wir mal welche die geilerne sich hundertprozentig wieder ein Video rein wie sonst irgendwas äh ja 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 ich hoffe die Zone geht nur raus auf Retiro hm oh hier gibt es aber noch so viele Büsche alter hast du geschossen? ja ich schau die Büsche nach ach nein die scheiß Stadt ey bitte raus aus der Retiro bitte 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 jawoll nice heiko und safe spiel versteht uns ich glaube ich habe in 19 heiliger fortnight ähm entwickler baust du was eignes bitte ja klar ich baue mir immer was eignes ich würde niemals mit dem team in irgendwas reingehen ich habe geschossen alles klar aber ja so baut man sich ein tutorial werden ab oder in den wald in den wald hasten gesehen ne ja ich habe einen gesehen aber er ist so ein nub alter das ist bestimmt ich bin bestimmt einer der weißt du noch nicht weißt du noch nicht vielleicht passt bloß auf dass dich von rechts nicht keiner holt jetzt ne ja das ist Müll wenn der jetzt da rumgeiert mach dein Ding ich guck ob hier einer kommt es sind einfach immer noch 3 ein heiler kriegt ne sniper hitmarker oh ich würde jetzt so am liebsten pushen man mhm naja ist absolut one shot jetzt ich glaub das andere team kennt ein Ding dann jetzt lieber netta frisky der war 75 schau wie schnell wer damit schießen kann guck mal schau wie schnell wer damit schießen kann guck mal der ist links rum gelaufen alles klar ich weiß schon wieder gesniped hast du es gesehen wo ne ich habe gehört dass es in 150 150 ah ja 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 es kommt ne rocket auf dich glaube ich ne er peint überhaupt nicht wo welche basis ich grad bin ey wie geil äh auf dem dach das ist ein crier da oh das ist ein crier da oh das ist ein crier da ah das und vor links ist gleich die im wald ne die müssen wir aufpassen auf jeden fall ja ja ich glaube das sind 3 solo ich glaube das sind 3 solo ey dem beides kann dem beides kann ein bisschen schwicky wir haben beide den twitch skin aber einer hat den anderen mit einem typisch nur noch snipen die ganze zeit der wird umgekehrt der wird umgekehrt jemand nicht vorst der überlebt das ding was brauchst du denn für zu links ach man er baut zweimal ne wand vor mich er kommt er kommt rechts er kommt hinter dich hinter dich er baut zweimal ne wand vor mich alter ach man ja und der andere der saft mich jetzt kann ich bauen bauback er baut zweimal ne wand vor mich ich krieg ne macke grad ey ach nö jetzt bist du da auch noch high ground ja ich bin dauerne alter ach was ist das denn für ein noob alter ja ey du hast die band vor mich gebaut alter ach mir leid alter zweimal vor allen dingen zweimal alter ist mir noch nie passiert alter ich dachte was ist das denn für ein scheiß ey